Heute geht es ja um grüne Lebensweise, umweltbewusstes Leben. Was tun Sie im Alltag, um umweltbewusst zu leben? Ich gehe super gerne shoppen und deshalb achte ich jetzt drauf, nicht immer diese Plastiktypen zu nehmen. Also einfach selber irgendeine Jutebeute mitzunehmen und dann die Sachen reinzutun, statt jedes Mal sich so eine Plastiktasche geben zu lassen. Ja, das ist der erste Schritt. Bei Germany's Next Topmodel, es geht natürlich um die schönen Frauen. Aber ich frage mal umgekehrt, wie muss ein Mann sein, damit er Ihnen gefällt? Mann muss sein, also mein Freund ist perfekt, deshalb einfach sympathisch, nett. Und ich finde irgendwie, das muss irgendwie stimmen, damit man den anderen sympathisch findet.